Ja, ich habe zwischenzeitlich ein bisschen Holz gemacht, ein bisschen Steine geholt, habe das alles in die Kiste gepackt und jetzt müssen wir weiter gucken. Wir hatten ja den Druck auf dem Plan, dafür müssen wir in den Technologiebaum gehen und den freischalten und das machen wir alles nach dem Logo. So, Technologiebaum auf und dann schauen wir mal, was wir haben. Wir haben hier unten 20 Punkte, da müssen wir mal schauen, was wir daraus machen. Was ist das denn hier? Ein Reparatursatz, kann man bestimmt unterwegs was repartieren. Werkzeug für die roten Gebäude, kaputte Gebäude können damit, ach nee, das ist nur für Gebäude, dann machen wir das, weil unser Haus müssen wir auch reparieren. Stoff, ja, weiß ich nicht. Pfeil ist auf jeden Fall gut und dann gibt es da den Bogen für, das ist auch gut. Und hier ist Stoffkleidung, die sollten wir vielleicht auch haben, dann brauchen wir den Stoff dafür, dann machen wir das auch. Futtertruck, das wäre unsere Aufgabe, die wir haben. Dann lasst uns schnell den Futtertruck mal machen, den würde ich jetzt da hinsetzen, glaube ich. Dann könnt ihr hier fressen. Bauen wir. Da ist er. Zack, macht den da hin, den könnt ihr selber bauen, euren Truck. Ach, nicht Escape-Kaste drücken. Was war noch für eine Aufgabe, die wir machen müssen? Verbesserung. Es war nur der Futtertruck, der ist fertig, das heißt wir können hier auch upgraden, auch sehr schön. Nächstes ist ein Lagerfeuer, Bärengarten und sitze ein Paar für Arbeit im Lager ein. Das ist ja dann nicht so schwer. Lager verwalten. Da kann ein Paar rein. Dann haben wir die eine Aufgabe schon erledigt. So, das heißt wir brauchten Feuer, Feuer können wir schon bauen. Das machen wir mal hier mitten rein. Haben wir da genug für? Sieht wohl so aus. Das bauen die ja auch, ne? Ja, das machen die ja auch. Sehr gut. Und das letzte war, was war das letzte noch? Ein Bärengarten. Okay, den müssen wir wahrscheinlich dann hier freischalten. Da ist der Bärengarten, machen wir auch. Gut. Feuer brennt, das ist auch gut. Warte mal, wir hatten doch Fleisch, ne? Das heißt, wir können hier mal gerade wahrscheinlich das auswählen, ne? Da können wir Spieße von machen. Lammborkebab, okay. Das läuft erstmal, sehr gut. Nicht Escape drücken. Gut, dann das Bärengarten. Oh, ein Angriff. Okay. Wo ist noch einer? Wo kommen die denn, wenn wir mal her? Weg ist er. Und dahin muss noch einer sein. Wo ist er? Hilderran. Ist mal eine Fackel da. Aber der ist noch weit weg, oder? Nein, dann will ich das jetzt nicht machen. Da laufe ich nicht hin. Gut, unser Lager ist hier. Wir haben die hier liegen. Und, äh, ja. Keine Ahnung, kann ich wohl nichts machen, ne? Ich müsste wohl mal dringend was essen, ne? Wie weit ist es? Ist es gleich fertig. Gut, äh, wo waren wir mal stehen geblieben? Achso, beim Bärengarten. Den können wir vielleicht gerade noch hier hin bauen, irgendwo. Ich denke mal, hier ist vielleicht keine schlechte Stelle. Können wir den? Oh, der ist etwas größer. Nein, lass uns den hier links neben die Mauer setzen. Gut, das machen die Pals. Dann sind wir da auch schon durch. Dann macht das Feuer. Das Essen am Feuer. Okay, das ist, äh, durch. Kann ich erhalten. Und dann... Warte, kann ich noch einen machen? Ich kann noch einen machen. Ich hatte wohl zwei Stück davon. Okay. Äh... Zwei Stoff brauchen wir. Dann machen wir da gerade zwei Stoff raus. Wir müssen hier wahrscheinlich auch gerade uns reparieren. Und, äh, ich glaube, die schnarchen da gerade alle, ne? Kann das sein? Ja, dann lass uns schnell reingehen und auch schnarchen. Falls die kein Bett haben, bekommen schlechte Laune. Okay, wir müssen auch ein Pal-Bett auch noch bauen. Mhm. Das heißt... Bauen... Bett... Da haben wir noch eins hingebaut. Und wir gehen aufschlafen und es ist der Tag rum. Besser ist das, ne? Ruhen wir uns aus. Da schrägt der Hahn schon. Wir können aufstehen. Die sind aufgestanden und die bauen gleich an dem vierten Bett. Das ist auch gut. Okay, das heißt... Da hinten wird auch gebaut. Warte mal. Ich glaube, wir haben in der Kiste die Samen damals reingetan. Wir hatten Samen dafür, ne? Hier sind sie doch. Dann nehmen wir die mit. Was ist das? Kleine Pal-Seele. Okay. Ist einer von uns gestorben? Goldmünzen? War das der Lohn, dass wir die kaputt gehauen haben? Wahrscheinlich, ne? Oh, hier ist was zu essen. Also, wir sind in der Kiste. Ne, dann ist das nicht so praktisch. Die nehmen wir mal mit. Das brauchen wir nicht. Die können wir dabei tun. Stoff ist fertig. Okay, dann können wir uns wohl Kleidung machen. Wo ist denn das F zum Aufnehmen da? Ah, ich kann die Pal-Box verbessern. Dann machen wir das als erstes. Das Bärenbeet ist wohl fertig, ne? Okay, 5. Was brauchen wir dann? Pal-Ausschusswerkbank, Bauer, Statue der Kraft. Okay. Bauer, dein Lager aus Level 7. Okay. Was war das jetzt? Bauer, Statue der Kraft. Also Technologiebaum wahrscheinlich. Statue der Kraft ist hier. Und was das ist? Das ist die Pal-Ausschusswerkbank. Das ist auch. So, das heißt, wir müssen die bauen. Die Werkbank würde ich jetzt einfach hier neben stellen. Wollen wir? Da ist sie. Oh, Pal-Aumstücke 10, Holz 30. Das ist teuer. Stoff haben wir. Aber da wollten wir erstmal Kleidung von machen. Warte, dann machen wir das anders. F. Ich glaube, wir sind nicht nah genug dran, oder was? Nicht an der richtigen Stelle. Wir wollten die Kleidung bauen. Und dann alte Arbeiten. Achso, ich kann das nicht fertig machen. Das sollen die anderen machen. Was haben wir hier drin? Da brauchen wir 10 von. Das reicht also nicht. Und Holz. Holz ist alle. Ne, da ist Holz. 5. Das heißt, auf zum Baum fällen. 30 brauchen wir mal. 10 haben wir mal, 12 haben wir mal, 14. Aber 25 schaffen wir nicht. Das heißt, wir müssen noch zu einem anderen Baum. Was machen die da unten? Nachwuchs. Wir lassen uns gerade noch ein bisschen Stein mitnehmen, soweit es geht. Weil, wenn wir das schon haben, dann können wir es auch gerade fertig machen. Oh, wir müssen unsere Energie erst aufladen. Wenn die ganz unten ist, dann müssen wir erst warten, bis es ganz oben ist. So können wir zwischen starten. Also nie ganz aufbrauchen, das Ding. Okay, sonst sind wir übergewichtig. Dann laufen wir langsam. Das bringt mir auch nicht weiter. Also lassen wir das mal so. Was hat er für ein Problem? Warum ist rot? Ausgehungert. Schnell was essen. Das haben wir gerade noch geschafft, oder? Das Brot habe ich auch nicht gegessen. Boah, ich wäre fast kaputt gegangen. Da habe ich wieder gepennt, ne? So ein Shit. Puh, Stoffkleider. Erhalten. Hat er gleich angezogen. Sieht ja cool aus. Ja. Wir werden wieder besser. Ja, wir werden wieder besser. Ist noch im unteren Bereich, deswegen blinkt es noch rot wahrscheinlich. So, jetzt können wir hier Bären sehen, oder? Aha. Und das läuft so. Ich habe keine Ahnung. Wir sind übergewichtig auf jeden Fall. Weil wir wahrscheinlich jetzt die Kleidung angezogen haben, ne? Passt. Oder das Essen genommen haben. Öffnen. Was können wir denen denn zu essen geben, ja? Wahrscheinlich eigentlich Bären, ne? Warte mal, da haben wir 11 von. Was braucht man denn dafür, für die Werkbank da zu bauen? 211, 233, 243, es geht aufwärts. Warte, die Werkbank wollten wir da hinbauen. Lass uns die schnell bauen hier, damit wir das Gewicht loswerden. So, jetzt musste ich diese Werkbank bauen können. Bauen. Ja. Du kannst nicht mal weggehen, du bist gerade im Weg. Okay, Bau. So, jetzt sind wir auch nicht mehr überladen, jetzt sieht das schon ein bisschen besser aus. Mal hier reingucken. Sollte ich das Werkzeug bauen? Fasern hätte ich, Steine hätte ich. Bauen wir es. So. Was brauchen die jetzt hier nochmal in der Parallelbox zur Verbesserung? Eine Statue der Kraft. Okay, die müssen wir noch haben. Statue der Kraft, die wird wahrscheinlich auch im Baumenü sein. Wo machen wir die? Die machen wir hier hin. Hier hinter. Baumenü. Wo ist die Statue der Kraft? Da. Verleihe im Bruchstück. Eins. Stein hat nur 20. Okay. Aber ich glaube, wir haben nichts mehr in der Truhe dann, ne? Ah, das fehlt. Das heißt, wir klopfen noch ein paar Steine hier, dann kriegen wir bestimmt das eine Bruchstück da raus, oder? Da ist es schon. Reicht. So, die Statue wollten wir hier hinbauen, haben wir gesagt, ne? Zehn Steine, okay. Äh, zehn Bruchstücke. Dann bringt das nichts, das da zu machen. Da muss ich gucken, da unten gab es irgendwo so blaue Dinger, wo es nur das Zeug gibt. Das ist vielleicht besser. Rennen wir mal gerade los und holen das. Ich glaube, das war zwei Treppen runter, oder? Wo ist da hinten Schnee auf den Bergen? Das sieht ja cool aus, wenn da Schnee ist. Ah, hier war die Treppe. Was war da? Ach so, Holz. Brauche ich jetzt nicht. Da unten ist nämlich so ein Glitzerding. Da kriegen wir hoffentlich mehr raus. Hier geht's Wasser raus, hier haben wir noch einen Hahn, den, äh, vielleicht sollte man den zur Verteidigung noch mitnehmen. Müssen wir gleich mal gucken. Keine Energie mehr. Jetzt muss ich nämlich warten, bis der wieder voll aufgetankt ist. Dann kann ich erst weiterarbeiten. Gut, wir haben fünf. Wie bleiben wir insgesamt? Zehn braucht man ja, um zwölf. Das ist erst mal gut. Jetzt müssen wir mal gerade überlegen. Wo war der? Da ist er. Gucken wir mal zu, dass wir den da mitkriegen, hier. Weil den können wir vielleicht gebrauchen, ne? Gut. Weil der kann hier kämpfen, ne? Das sind die einzigsten, die hier kämpfen können, diese Hühner da. Äh, ja, da wäre Eisen. So ein Kätzchen, das wäre auch noch interessant, ne? Was kann das denn? Vielleicht sollten wir uns um so ein Kätzchen mal kümmern. Die lief noch auch hier rum, oder? Schäfchen, Huhn, da hinten ist ein Kätzchen. Kriege ich das? Gute Frage, ne? Die rannten, glaube ich, immer so schnell weg, wenn man einer näher ist, oder? Da ist keiner. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Knüppel aus dem Sack und dann geht's los, oder? Okay, mal gucken, was das kann, das nehmen wir mit. Ah, da steht schon was. Gibt sich extrem berühstfuß, die sind weit aber ein feige Schwächling. Von einem Kativa nicht ernst genommen zu werden, ist die allergrößte Demütigung überhaupt. Du hast einen neuen Pal gefangen. Okay, Angsthase. Keine Ahnung, wofür das gut ist. Gerade erst warten. Beim Empfang einer neuen Pal-Art erhältst du extra viele EP. Setze also deine Entdeckerkurs auf. Ah, okay. Sehr gut. Lager ist auf Level 5, wir müssen auf 7 hoch. Insgesamt brauchen wir 9 solche Viecher da. Äh, 10, 9 haben wir. Ne, 30. Okay, die machen hier schon wieder einen auf Langeweile. Die müssen mal was zu tun haben, glaube ich. Und unser Haus ist jetzt schon zu klein. Hm, schade. Weil, wenn wir da jetzt, äh. Achso, wir müssen erst die Statue bauen, dann können wir da was upgraden. Bauen. Und geht. So, macht ihr mal. Ich kümmere mich mal hier gerade um. Kriegen wir da noch einen rein, irgendwie? Ja. Ja. Das war gerade eben einmal kurz blau, ne? Passt. Gut. Ihr baut euer Bett. Das ist schon mal schön. Äh, wir können schon wieder die Box verbessern. Gut, dann sind wir auf 6 und 7 müssen wir haben. Was fehlt uns? Holzfällerlager, Steinbruch und Zerkleinerer. Okay, das erscheint ja, dass das hier jetzt richtig groß wird, ne? Rezept wählen. Geht da was? Ja, da gilt was. Chiqui-Bee-Fleisch. Sollen wir hier, gerillte Beeren und? Ah, Spiegelei geht auch. Okay. Mach mal. Ne, das wollte ich gar nicht. Ich möchte gerne immer drücken. Was kann diese Statue jetzt? Eigene Fertigkeiten. Palz verstärken. Fanggeschick. Okay. Du hast nicht genügend Material. Was brauche ich denn dafür? Achso, da brauche ich dieses Zeug hier. Dieses Grüne da. Okay. Und V? Ah, da kommt hier was. Oberbergmann ist das schon. Okay. Fastenprofi. Angsthase. Okay. Keine Ahnung, was man damit macht. Die muss man irgendwie Opfer Pal seelen, um die Werte deines Pals zu verbessern. Warte, da war doch eine Pal. Also er ist hier der Schlechteste. Wofür der aber gut ist, weiß ich nur. Helfende Pfote. Samtpfoten. Freie Flott. Wie kann ich den denn verbessern? Ah, ich muss da draufdrücken. Verstärken. Ich weiß nicht, wie es geht, aber... Maximilien Angriff. Verteidigung. Achso, da muss man das. Dann wäre es sicher sinniger. Aber ich könnte das auswählen und dann einen erhöhen. Dafür brauche ich denn das, ne? 3% Lebensenergie dazu. Aber das möchte ich nicht machen. Wenn, dann möchte ich einen Kämpfer hier fertig machen, damit der angriffsmäßig besser wird. Level 6 hat er schon. Ja. Und dann Angriff verstärken. Kleine Palsiel einfach brauchen. Fangen wir zu. Ja. Weil das ist mir wichtiger, dass der mich dann verteidigt, der Sechser, ne? Hungrig. Deine Part hat nichts mehr gegessen. Aber ich muss gucken, dass ich Beeren habe. Sind da schon welche in diesem Dingens hier drinne? Ah, ne. Das dauert so lange. Alles klar. Rote Beeren. Kann man das irgendwie pflegen, dass das besser wird? Oder kann ich noch mehr sehen? Weil da steht Aussaat und Bewässerung. Achso. Da oben der Balken läuft dann auch voll. Das heißt, ich muss erst warten, bis der Eimer rund ist. Und dann ist das erst gesät. Na, super, oder? Warum machen die das nicht? Da habe ich die doch für, oder? Ist die Katze dafür da? Aber dann müsste ich die jetzt gleich erstmal hinkriegen, ne? Da hat einer lange was nicht mehr gegessen, ne? Ja, wir sind gerade am Essen dran, ne? Gießen. Ne, Gießen ist mitten in Deutschland, nicht hier. Jetzt dauert das wieder so lange. Meine Güte, ey. Aber dafür habe ich doch die paar, als sie das machen sollen. Oder muss ich vielleicht nur einmal machen, damit das klappt? Kann sein. Bestimmt, oder? Vor allem, ich habe noch nie eine Metallkanne gemacht, oder? Sieht aus wie so ein Hochdruckreiniger. Und vor allem schüttert nicht die Hälfte daneben. Alter, das ist kostbare Wasser. Jetzt aber zack, zack, wachsen. Wie geht das gleich? Kann ich das auch noch machen? Ich glaube nicht, das muss wohl von alleine, ne? Ja, jetzt kann ich nichts mehr machen. Ich bin hungrig, genauso wie die anderen wahrscheinlich auch. Sind wir da im Lagerfeuer? Da haben wir doch irgendwie Kebab gemacht, oder sowas, ne? Ne, Spießchen. Schickenspießchen. Kann ich jetzt noch in den Spiegel einmachen, oder? Grillte Bären. Ja komm, die produzieren wir mal jetzt hier. Aber die unterstützt ja keiner, ne? Ach, ich muss nicht Escape drücken. So, wer hat Hunger? Ich habe Hunger, oder? Ah, ich habe ja mehrere Sachen hier. Schickenspießchen. Mehrwert 50. Okay, dann nehme ich die. Also ich muss mein Essen immer sehr stark gucken, dass ich das fertig kriege. Der hier hat zwar lange nichts gegessen, hat aber Level 6. Und ein bisschen fehlt dem nur. Ich glaube, dann nehme ich nochmal. Ah, viermal Samen haben wir noch, okay. Und dann gehen wir mal, wir sind Level 6 schon, okay. Ab in die Kiste. Und hier erstmal was einlagern. Holz dazu. Das kann da auch hin. Das Pferd nehmen wir mit. Ei könnte man da noch aufschlagen. Fäden hier. Und Erz kommt da auch rein, ja. Gut, jetzt haben wir ganz schön viel gemacht. Ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Gucken wir mal gerade hier rein. Aber das müssen wir alles noch machen, ne? Bau Holzfällerlager, Bau Steinbruch, Bau Zerkleiner. Das müssen wir alles machen. Und da sind wir dann in der nächsten Folge mit unterwegs, würde ich sagen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020